Danomo war jemand, der hatte alles, er hatte hunderte Frauen, er hatte sich sonst was für Bauten erbaut, sonst was für Parkanlagen, sonst was für Gärten. Er hatte alles in diesem Leben. Er hatte alles, was er wollte. Aber was sagte er? Da hasste ich das Leben. Und warum hasste er das Leben? Weil wir Sinn eben nicht darin finden, einfach in diesem Leben unser eigenes Paradies zu bauen. Es wird darin enden, dass wir unser Leben hassen, dass wir es verabscheuen. Wir finden nicht den Sinn in diesem Leben, wenn wir uns den Sinn selbst geben wollen. Es funktioniert nicht. Es ist eine schockierende Schlussfolgerung von jemandem, der alles hatte. Wie kommt er zu dieser Schlussfolgerung? Vers 16. Denn dem Weisen wird ebenso wenig wie dem Toren ein ewiges Andenken zuteil, weil in den künftigen Tagen längst alles vergessen sein wird. Und wie stirbt doch der Weise samt den Toren dahin? Also was ist das, was er sich eigentlich gewünscht hat? Was wir hier unterschwellig sehen, ist, dass sich Salomo eigentlich gewünscht hat, dass ihm ein ewiges Andenken zuteil wird. Es war nicht sein eigentlicher Wunsch, diese Parkanlagen zu haben, all diese Frauen zu haben, diesen Palast zu haben. Das war nicht das, was er sich eigentlich gewünscht hat, sondern was wir uns als Menschen wünschen ist, ein ewiges Andenken zu haben. Vers 16. Denn dem Weisen wird ebenso wenig wie dem Toren ein ewiges Andenken zuteil. Salomo war der weiseste König. Vor ihm war niemand weiser, nach ihm war niemand weiser. Gott hat ihm übermäßig Weisheit gegeben. Aber er kommt zu dem Schluss, nachdem er in dieser Welt alles ausprobiert hat. Salomo war jemand, der alles ausprobiert hat in diesem Leben. Einfach mal alles so leben, wie er will. Alles mal ausprobieren. Einfach so viel Reichtum wie möglich haben. Er hat alles ausprobiert, aber er kommt zu diesem Schluss, nachdem er eben in diesem Leben, in dieser Welt alles ausprobiert hat. Er hat einfach nur weltlich gesehen, dass ihm seine Weisheit nichts genützt hat. Dem Weisen wird ebenso wenig wie dem Toren ein ewiges Andenken zuteil, weil in den künftigen Tagen längst alles vergessen wird. Alles, was er getan hat, das war irgendwann vergessen. Natürlich haben wir die Bibel, dadurch ist einiges aufgeschrieben, aber ohne die Bibel alles vergessen. Da gab es mal irgendeinen König, der hat irgendwas gebaut. Es wird alles vergessen sein. Siehst du, das Problem ist, als Mensch haben wir ein natürliches, ein inhärentes, ein innewohnendes Bedürfnis nach Beständigkeit, nach Verewigung. Wir haben ein Bedürfnis danach, dass unsere Arbeit geschätzt wird, dass wir geachtet werden, dass in den zukünftigen Tagen an uns gedacht wird, dass uns ein Andenken zuteil wird. Dass man sagen wird, hier der Kai oder der Moses, an den erinnern wir uns, der hat wirklich was gemacht. Wir haben dieses Bedürfnis als Menschen nach Beständigkeit, nach Verewigung. Wir wollen uns irgendwie verewigen. Warum werden Statuen erbaut? Warum werden Statuen von Politikern erbaut? Von Herrschern? Weil sie sich verewigen wollen. Wir wollen nicht einfach sterben, dann ist es vorbei, sondern wir wollen ewig sein. Warum? Weil wir für die Ewigkeit geschaffen sind. Gott hatte uns unsterblich geschaffen. Gott hat Adam und Eva unsterblich geschaffen. Aber sie haben sich gegen Gott gewendet, sie haben gegen Gott gesündigt. Und was war die Folge davon? Hatten sie Sinn im Leben? Hatten sie ein erfülltes Leben? Nein. Führt es wirklich dazu, dass wir ein glückliches Leben haben, in dem wir uns gegen Gott wenden? Nein. Hier bleibt in Prediger Kapitel 2. Ich lese währenddessen vor aus 1. Mose 11, Vers 4. Und sie sprachen wohl an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut hören. Also wir sehen hier wieder diesen Wunsch danach, sich einen Namen zu machen. Irgendwie, dass es diese Beständigkeit gibt. Da gibt es diesen Turm und wir können uns daran orientieren. Wir machen uns einen Namen. Wir wollen nicht zerstreut werden. Wir wollen Bestand haben. Wir sehen in diesem Vers wieder, das ist der Turmbau zu Babel. Wir sehen in diesem Vers wieder diesen Wunsch nach Beständigkeit, nach Verewigung, sich einen Namen zu machen, dass etwas bleibt. Also das, was dieser Philosoph Sommer in dem Interview mit der Zeit sagt, ist ganz einfach gelogen. Es ist ganz einfach gelogen. Denn was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, dass wir unser Leben hassen werden, wenn wir einfach nur unser Leben leben, um unser Leben zu leben. Einfach nur um das Lebensleben willen. Dann werden wir unser Leben hassen, wenn wir eben unser Gehirn einschalten und darüber nachdenken, was denn mal daraus wird. Es wird nämlich nichts daraus. Warum? Weil jeder Mensch eben dieses Verlangen, dieses Bedürfnis nach Ewigkeit hat, nach Beständigkeit. Warum gibt es all die Studien zum Thema Todesangst? Todesangst ist eine reale Sache. Viele Menschen, viele, wenn nicht die meisten, haben Angst vor dem Tod. Warum ist das wohl so? Weil wir nicht für den Tod geschaffen sind. Ey, wenn das wirklich so egal wäre, wenn Atheismus wirklich so toll wäre, wenn wir wirklich einfach Gott nicht brauchen, sagen, hey, warum haben Menschen Angst vor dem Tod? Weil wir eben nicht dafür geschaffen wurden, eines Tages zu sterben.